Vielen Dank, Leon. Und ich möchte jetzt ganz besonders auch noch mal unsere anderen Campus begrüßen, weil jetzt wird auch gerade Gießen und Frankfurt dazu geschaltet. Lasst uns einfach mal uns als Campus, als Move Church gegenseitig begrüßen. So schön, dass wir miteinander verbunden sind. Und so schön, dass ihr mit dabei seid und wir als Move Church gemeinsam durch diese Serie gehen können. Worte haben Macht. Worte haben Macht. Das ist der Titel der Serie. Und ich hoffe, dass in deinem Leben durch diese Serie etwas bewegt wird. Dass du anfängst, auf dein Reden zu achten, zu schauen und ganz viel Neues entdeckst und Früchte deines Redens erntest. Wir haben uns letzte Woche angeschaut aus Sprüche 18. Da ist davon die Rede, dass wir durch unser Reden sozusagen Früchte kreieren, die uns ernähren. Und das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Positive Früchte, aber auch giftige Früchte. Wir können durch unser Reden beides schaffen. Heute möchte ich unter dem Titel Worte, die heilen und befreien, einfach einen Schritt weiter gehen. Worte, die heilen und befreien. Und ich möchte direkt in den Text für heute einsteigen, ab Jakobus 3, Vers 2. Da heißt es, wir alle machen viele Fehler. Aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Wow, was für eine Textpassage. So eindrucksvoll, so intensiv. Ich glaube, eine der stärksten Passagen, die wir in der Bibel über die Kraft der Zunge lesen und wo wir etwas darüber verstehen können, wie viel Macht tatsächlich in unseren Worten ist. Wenn hier in dem Text von der Zunge die Rede ist, dann ist natürlich nicht von der Zunge allein die Rede, sondern von unserem Mundwerk, von unserem Reden. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbar um und sag, es geht um mein Mundwerk. Es geht um mein Mundwerk. Heute geht es um mein Mundwerk, um dein Mundwerk und was wir wirklich lernen können hier heraus. Letzte Woche hatten wir das Bild von den Früchten. Jakobus malt uns hier verschiedene andere Bilder vor Augen. Drei Bilder sind es, die er uns zeigt, um daran etwas deutlich zu machen. Nämlich wie sehr durch unser Reden massiv Einfluss in das Leben hineinkommt. Letzte Woche hatten wir gesagt, unser Reden lenkt unser Leben und hier greifen im Prinzip diese Bilder auch hinein. Er gibt uns drei Bilder, die ich euch auch einfach mal mitgebracht habe. Er redet zum Beispiel von dem Ruder an einem Schiff. Das Ruder hinten an dem Schiff ist sehr, sehr klein im Verhältnis zu dem gesamten Schiff. Größenmäßig überhaupt nicht zu vergleichen. Und dennoch lenkt das Ruder oder bestimmt das Ruder die Richtung des Schiffes. Durch dieses kleine, kleine Ruder im Verhältnis zu der gesamten Größe des Schiffes kann die Richtung bestimmt werden. Und die Realität ist, durch unser Mundwerk können wir die Richtung unseres Lebens bestimmen. Oder er gebraucht das Bild von dem Pferd. Ein Pferd, was groß und stark ist und du legst das Zaumzeug in das Maul des Pferdes. Das Zaumzeug ist im Verhältnis zur Größe des Pferdes sehr, sehr klein. Aber die Realität ist, wenn du ihm das Zaumzeug ins Maul gelegt hast, kannst du damit das Pferd lenken. Oder das dritte Bild, was Jakobus hier gebraucht, ist das Bild von dem kleinen Feuer. In verschiedenen Übersetzungen sogar ein Funke, der einen ganzen Wald entzünden kann. Ich denke, wir alle kennen aus den Nachrichten die Bilder von den ganzen Waldbränden im Augenblick in Europa. Aber es braucht nur ein Streichholz, es braucht nur ein Funke, um damit zu starten. Und Jakobus macht damit deutlich, so zerstörerisch kann die Macht der Zunge sein. In Jakobus 3, Vers 6, sie ist, also die Zunge ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Ich glaube, dieser Nachsatz, wenn sie von der Hölle in Brand gesetzt wird, macht eins deutlich. Es gibt eine andere Seite, das ist nicht die göttliche Seite, sondern der Versuch des Feindes, Satans, Teufels, wie auch immer du das nennen willst, aber dagegen zu steuern, damit unsere Worte eine zerstörerische Kraft entfalten und nicht Leben hervorbringen. Es ist das Potenzial zum Leben da, aber es kann alles zerstören, so heißt es hier. Es kann alles zerstören hier. Und wir wollen uns einfach mal so ein paar Punkte anschauen, was zum Beispiel zerstört wird, was durch die Kraft negativer Worte geschieht. Das ist bei weitem nicht vollständig, aber es sind einfach mal so ein paar Punkte, damit wir uns vergegenwärtigen, was überhaupt durch negatives Reden geschieht. Der erste Punkt ist Worte verletzen. Worte können sehr massiv verletzen. Wenn du dich körperlich verletzt, dann kannst du das vergleichen. Worte sind wie Messerstiche. Worte sind wie Schnitte, die man sich zufügt im Körperlichen. Und eine Wunde, die du dir zufügst, die schmerzt und die braucht Zeit zu heilen. Und wir alle kennen das, glaube ich, dass Worte gesprochen wurden, die uns wehgetan haben, die uns gestochen haben, die uns in unserer Seele verletzt haben. Es kann sein, dass du angelogen worden bist. Es kann sein, dass du beschimpft worden bist. Es kann sein, dass negative Aussagen über dich gemacht worden sind. Dass du zu Unrecht irgendwie negativ beurteilt worden bist. Lügen über dich verbreitet worden sind. Es gibt so viele Dinge und Worte verletzen. Der Unterschied zu unserem Körper ist, dass die Worte oder das, was durch Worte ausgelöst wird, oft nicht so schnell heilt. Was meine ich damit? Wenn ich mich am Arm schneide, ich verbinde das, ich schone das, dann wird das wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit wieder verheilen. Das Problem bei Worten ist, sie sind hineingesprochen in die Seele und in unserer Seele, in unseren Gedanken gibt es die Erinnerung und in der Erinnerung werden diese Worte wiederholt. Wir denken oft wieder darüber nach, was uns angetan wurde und der Schmerz wird bei jeder Erinnerung in gewisser Art reaktiviert. Worte, verletzende Worte vergessen wir oft nicht so leicht, sondern sie sitzen tief. Manche Menschen leiden Jahrzehnte unter den Wunden, die ihnen durch Worte zugefügt wurden. Beschimpfung, Erniedrigung oder was auch immer es sein mag, aber Worte verletzen. Eine zweite Sache, die Worte tun, ist, sie bewirken Festlegungen. Sie bewirken Festlegungen. Was meine ich damit? Worte können eine Art Programmierung in dein Leben hineinbringen. Vielleicht bist du dir dessen nicht bewusst, aber es sind manchmal die Worte von Eltern, die eine Festlegung in Kindern erzeugen. Zum Beispiel, wenn Eltern ihre Kinder immer bestätigen und sagen, du bist so wertvoll, du bist so gut, dann entsteht in dem Kind eine Festlegung. Ja, ich bin gut. Da kommt ein gewisses Selbstbewusstsein hinein. Im Gegenteil, wenn Eltern sagen, du bist nichts, du hättest eigentlich gar nicht da sein sollen, du bringst es nie zu etwas, dann bewirken diese Worte auch etwas. Es wird zu einer Festlegung im Leben von diesem Kind. Und oft ist das, was in der Kindheit ausgesprochen wurde, eine Festlegung. Es entwickelt sich zu einer Lebenslüge, die uns durch das ganze Leben bis zum Tod begleiten kann und prägen kann. Weil was macht so eine Festlegung? Zum Beispiel dieser Satz, aus dir wird nie etwas. Wenn das gesprochen wurde oder ein Kind irgendwie diesen Gedanken als eigene Worte aufgegriffen hat, aus dir wird nie etwas, dann ist das eine Festlegung. Und das Kind wird scheitern und scheitern und scheitern erleben. Aus ihm wird nie etwas oder es wird sich anstrengen und vielleicht das überwinden und wird gewisse Erfolge haben. Aber das ändert nichts daran, dass hinten dran immer noch das kleine Kind ist, was sagt, aus mir wird nichts. Und der Erfolg ist nicht gut genug. Der Erfolg reicht nicht. Und höher, weiter, mehr. Man versucht noch mehr und mehr, um dieses Loch aus dieser Festlegung herauszufüllen. Aber man kommt nie an. Diese Festlegungen oder Lebenslügen können unser ganzes Leben prägen. Das dritte Ding, was Worte tun können, Worte verführen auf Abwege. Worte verführen. Worte führen auf Wege, die nicht gut sind. Wir sind uns dessen oft nicht bewusst. Aber Gott hat ein Leben voller Segen für uns vorbereitet. Das war sein Plan. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen. Und er gibt uns sein Wort. Er gibt uns die Bibel als sein Wort, wo er sagt, hier offenbare ich mich. Hier findest du mich. Hier findest du meine Leitlinien. Hier findest du meine Prinzipien für das erfüllte Leben. So gut wie es geht, hier schon in der gefallenen Welt, aber dann auch hinein in die Ewigkeit. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und das haben wir hier. Aber in unserer Gesellschaft werden wir durch Worte verführt, dem nicht zu glauben. So hat es bei Adam und Eva schon angefangen. Die Schlange kam und hat gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und wir sind mit diesen Worten unser ganzes Leben lang konfrontiert. Und Christen orientieren sich nicht mehr an der Bibel als Maßstab, sondern fangen an, anderen Worten zu folgen, weil die sich scheinbar besser anfühlen. Weil es besser sich anfühlt oder anhört. Und man verpasst aber den Segen, den Gott eigentlich für einen hat. Und man wundert sich, warum man nachher nicht das Leben im Segen, das Leben im Überfluss hat. Worte verführen. Und wir müssen aufpassen, welchen Worten wir glauben und welchen Worten wir folgen. Der vierte Punkt ist, Worte aktivieren negative geistliche Mächte. In Klammern, ich habe das Fluchwirkungen genannt. Was meine ich damit? Wir sind uns oft nicht bewusst, was für Auswirkungen Worte haben. Aber es gibt ja nicht nur die natürliche Welt, in der wir leben, der wir uns sehr bewusst sind. Das ist das, was wir schmecken, sehen, fühlen, anfassen können. Sondern es gibt auch, so beschreibt uns das die Bibel, eine unsichtbare Welt, die um uns herum ist und die irgendwie in Interaktion, in einer gewissen Verzahnung mit unserer Welt ist. So wird uns das in der Bibel beschrieben. Da gibt es Enge. Das sind geistliche Wesen, die hineinwirken können in unsere Welt. Aber genauso gibt es auch böse Mächte, die mit bösen Absichten hineinwirken wollen in unsere Welt. Ein Freund von mir hat das so erlebt, als er als junger Mann mit einer jungen Frau zusammen war. Sie waren befreundet und durch verschiedene Umstände ist das sehr unglücklich auseinandergegangen. Und was er dann mitbekommen hat, war, dass die Mutter seiner Freundin ihn verflucht hat. Was meine ich damit? Die Mutter seiner Freundin war so etwas, ich sage mal, wie eine, wir würden heute sagen, vielleicht moderne Hexe. Das heißt, sie war mit Magie unterwegs, sie hat Dinge gesucht in dieser unsichtbaren Welt, hat in Verbindung gestanden zu dieser unsichtbaren Welt, um da Dinge zu aktivieren. Und sie hat Worte gesprochen und diese Worte haben etwas ausgelöst, nämlich eine Belastung aus dieser unsichtbaren Welt. Das hat sich so ausgewirkt, dass mein Freund Bedrückung und Beklemmung hatte. Er war nicht mehr frei. Und das wurde besonders stark in den Momenten, wenn er in eine Kirche kam, wenn er in Gottesdienste kam, egal welche Kirche, wenn er in eine Kirche reingegangen ist, sei es nur sie zu besichtigen, hat er diese Bedrückung und Beklemmung gemerkt. Er hat Atemschwierigkeiten bekommen, konnte kaum noch atmen. Und dann ist er in unserer Gemeinde zum Glauben gekommen und er hat durch die Kontakte, die da sind, gemerkt, das ist der Weg, den ich gehen will. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er bei mir im Alpha-Kurs war und nach so einem Abend zu mir kam und gesagt hat, wie es ihm geht. Und ich habe gesagt, komm, wir treffen uns am kommenden Sonntag, wir beten für dich. Und es war so interessant, er konnte nie frei im Gottesdienst sein. Aber wir haben gebetet und wir haben den Einfluss dieser Mächte aus der unsichtbaren Welt durch diesen Fluch gebrochen. Innerhalb von zehn Minuten war er komplett frei und hat das nie wieder erlebt. Es war so, das, was er vorher nie konnte, er stand mit erhobenen Händen im Gottesdienst und hat Gott angebetet. Völlige Freiheit, völlige Freiheit. Aber was ich damit deutlich machen wollte, ist dieser Einfluss aus der unsichtbaren Welt. Wir sind uns oft gar nicht bewusst, wie sehr unser Reden Dinge einlädt, in unser Leben hineinzukommen. Als meine Frau vor vielen, vielen Jahren noch einen Mann hatte, der noch wenig verständnisvoll war, der noch nicht so viel Rücksicht genommen hat und unsere Kinder klein waren, hat sie eine Phase durchlebt, die für sie selber nicht leicht war. Kinder klein, Stress, viele, viele Dinge und Herausforderungen und ein nicht so verständnisvoller Mann. Und das war eine Zeit, in der sie so viele Dinge einfach negativ gesehen hat. Und es gibt so Phasen, die setzen uns wie so eine Negativbrille auf und sie hat viele, viele Dinge negativ gesehen. Sie hat damals immer wieder einen Satz gesagt, ich habe die Nase so voll. Ich habe die Nase so voll davon, wie das hier läuft. Ich habe die Nase so voll davon. Sie hat das häufig ausgesprochen und irgendwann kam eine Bekannte aus der Gemeinde auf sie zu, die da mit ihr drüber gesprochen hat, hat gesagt, sag mal, fällt dir eigentlich auf, dass du einen Dauerschnupfen hast und dass deine Nase immer voll ist? Und das war so ein Moment bei der Kaline, wo es Klick gemacht hat. Und sie gesagt hat, das stimmt, ich spreche etwas aus und ich erlebe dann physisch in meinem Körper tatsächlich das. Und dann hat sie darüber Buße getan, sie hat Gott um Vergebung gebeten, hat sich davon losgesagt. Und am Tag danach war der Dauerschnupfen vorbei. Das ist die Wirkung, die wir oft sehen und erleben, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und so viele Menschen sagen, das geht mir alles so auf die Nerven und du lädst förmlich eine Nervenkrankheit ein. Ich sage nicht, dass jede Nervenkrankheit vom Reden her kommt, aber ich will einer Sensibilität dafür wirken, dass es ein kleiner Funke sein kann, für uns völlig unbedeutend. Wir sehen erst mal keinen Zusammenhang, aber es kann ein großes Feuer entzündet werden. Und das ist die Situation, in der wir uns wiederfinden. Und der Punkt ist, dass diese Dinge, die durch Worte kreiert werden, teilweise durch Worte, wir können genau das Gleiche auch durch Taten erleben, dass Dinge in uns entstehen. Aber der Punkt ist, dass das gewisse Stolpersteine in unser Leben hineinbringt, die unser Leben auf die eine oder andere Art behindern oder blockieren. Was meine ich damit? Ich möchte es an einer kleinen Geschichte deutlich machen. Ich glaube, ich war acht Jahre alt. Da bin ich als Junge im Sommer kurzen Hosen in den Garten gegangen und bin über einen Gartenschlauch gestolpert und habe mir mein Knie aufgeschlagen. Ich habe geweint, bin weinend reingegangen, habe ein Pflaster da drauf bekommen. Und wenn man ein Pflaster hat als Junge, dann ist man ja stolz, dass man was erlebt hat und gemeistert hat. Und ich bin stolz wieder rausgegangen. Und dann kam ein Freund und hat gesagt, was hast denn du da gemacht? Und dann bin ich mit ihm zu dem Wasserschlauch hingegangen und wollte ihm zeigen, was ich vorhin gemacht habe, habe meinen Fuß da dran gesetzt und bin gerade wieder drüber gestolpert, diesmal aufs andere Knie. Dann war ich nicht mehr so stolz auf das zweite Pflaster, sondern habe mich ziemlich blöd gefühlt. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass das, was Worte in unserem Leben ausgelöst hat, oft solche Stolpersteine sind, über die wir wieder und wieder und wieder und wieder stolpern, obwohl wir denken, eigentlich müsste ich es doch begriffen haben. Eigentlich müsste es doch erledigt sein. Ich will das ein bisschen illustrieren. Ich nehme mal hier so einen der Stolpersteine, da steht Versagen drauf. Worte können ein Versagensbewusstsein in mein Leben hineinbringen. Was heißt das? Wenn meine Eltern gesagt haben, aus dir wird nichts und ich nehme das, es wird eine Festlegung oder es ist eine Festlegung von außen, es ist wie ein Fluch auf meinem Leben. Und dann wird Versagen, Versagensängste, das wird mich mein Leben lang begleiten. Vielleicht habe ich selber Dinge dann irgendwann ausgesprochen. Mensch, ich war früher ja immer in der Schule schon schlecht, also aus mir wird nichts. Aber es ist wie ein Stolperstein im Leben, wo man das Gefühl hat, kein Job schaffe ich wirklich gut. Und überall ist Versagen, ich kriege die Dinge nie wirklich gut auf die Reihe. Nämlich das Beispiel Bitterkeit. Bitterkeit kann in meinem Leben entstehen, weil ich durch Worte verletzt werde. Worte erzeugen in mir diese Verletzung und in mir wächst eine Wurzel der Bitterkeit. In mir wächst Bitterkeit. Und es kann sein, dass ich über diese Bitterkeit immer wieder stolpere, weil sie in meinem Leben ist. Oder, dass sie in meinem Leben irgendwo zu einer Art Mauer aufgebaut wird. Und so gibt es viele Dinge in meinem Leben. Was haben wir hier? Verurteilen. Kann so etwas sein, was in meinem Leben entsteht, ich wurde vielleicht verurteilt oder abgewertet. Und dann entsteht in mir so etwas, wie kann ich besser dastehen, indem ich andere verurteile. Oder vielleicht war es sogar, dass in meiner Gruppe andere verurteilt wurden. In den Klassenkämpfen haben wir das so. Oh, wie negativ haben wir die andere Klasse gesehen. Wir waren die Besseren. Und umgekehrt genauso. Man verurteilt, aber es sind Muster, die in uns entstehen. Und weil man das da getan hat, fängt man an, vielleicht andere Völker zu verurteilen. Man fängt an, das andere Geschlecht zu verurteilen. Immer wenn jemand Dinge macht, die anders sind oder die nicht in meinen Raster hineinpassen, man verurteilt und wir gehen durchs Leben, aber irgendwie stolpert man da drüber. Und dann gibt es natürlich noch mehr. Angst. Oh, Ängste können durch Worte entstehen. So viele Ängste können in unserem Leben sich breit machen durch Worte. Wir haben das besonders drastisch, glaube ich, in den letzten Jahren erlebt im Kontext mit der Corona-Pandemie. Diese Dauerberieselung in den Medien hat in breiten Teilen der Bevölkerung große Angst erzeugt. Ich sage nicht, dass man nicht informieren soll und nicht vorsichtig mit Dingen umgehen soll. Aber was diese Informationsflut gemacht hat bei etlichen, die das nicht einleveln konnten, ist Angstzustände. Angst, Menschen zu begegnen. Angst, und das sind dann ungesunde Ängste. Es ist ein Unterschied zwischen Vorsicht und Angst. Angst ist ein ungesunder Ratgeber. Angst ist kein guter Ratgeber, weil er Dinge nicht realistisch einschätzt. Aber Menschen werden von Angst getrieben. Das kann Zukunftsangst sein. Ich höre Dinge über Wirtschaftskrise und was macht sich in mir breit? Angst. Ich höre Dinge im christlichen Kontext über die Endzeit und was macht sich in mir breit? Worte können das auslösen. Worte können das auslösen. Wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Was haben wir denn noch hier? Wertlosigkeit. Oh, wie viele Menschen haben im Innersten, tief drinnen ein Empfinden, nicht wertvoll, nicht wirklich gut zu sein. Wer bin ich denn schon? Bin ich wirklich wert, geliebt zu werden? Vielleicht waren es Worte, die über dir ausgesprochen wurden, die dazu geführt haben. Vielleicht waren es Erfahrungen, vielleicht war es dein eigenes Ding, wo du vielleicht Fehler gemacht hast und du merkst, dass Dinge sich in deinem Leben verselbstständigt haben. Wertlosigkeit. Menschen sagen dir, du bist wertvoll, aber es bleibt immer diese Frage da und wir versuchen uns zu beweisen. Und was oft passiert, was haben wir hier noch, Verzweiflung, Stolz kann sich reinsetzen und Unsicherheit. Ich habe das jetzt einfach mal so als eine Mauer hier aufgebaut, weil oft was in unserem Leben passiert ist, dass die Dinge sich auftürmen wie eine Mauer, wie eine Blockade. Und es ist so, dass wir eigentlich ein verheißenes Land haben. Gott hat uns ein positives Land versprochen, aber es ist kein Durchkommen, weil diese Dinge uns im Weg stehen. Oder wir stolpern darüber immer und immer und immer wieder. Und das ist die Situation, die viele von uns haben. Und warum erzähle ich das alles? Thomas, willst du uns nicht aufbauen? Doch, das will ich, weil es geht um Worte, die heilen und befreien. Und der Punkt ist, es gibt einen Weg. Unser Glaube sagt uns, dass wir einen Erlöser haben, der die Freiheit für uns erkauft hat. Und wir müssen nicht da drinnen hängen bleiben. Wir müssen nicht da drinnen hängen bleiben. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns, wer? Christus befreit. Lass uns das doch mal gemeinsam aussprechen. Hier und an allen Campussen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. Vielleicht bist du hier und sagst, okay, was heißt das denn? Weil ich kenne Jesus Christus noch gar nicht wirklich. Ich möchte dir eine Sache sagen. Wenn du in eine Beziehung mit Jesus Christus eintrittst, wenn du durchstartest in einem Leben mit Gott, dann baust du die Grundlage und das Fundament, genau diese Freiheit zu erleben. Wenn das dich betrifft, am Ende der Predigt, nachher werde ich und auch an den Campussen werden wir eine Einladung geben, das Leben mit Gott zu verbinden. Aber lass uns mal auf dieser Grundlage weiterschauen. Weil die Grundlage ist, Jesus ist gekommen, er ist für uns gestorben, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt, er hat all diese Stolpersteine bereits ans Kreuz gebracht, sodass wir einen Ort haben, wo wir es auch hinbringen können. Er hat es vorbereitet für uns, sodass wir frei werden können. Gnade hat einen Namen und der Name ist Jesus Christus. Er hat es für uns getan. Und deswegen die Beziehung zu Gott ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Und dann beginnt für jeden von uns eine Reise. Was ich bedauere, ist, dass viele Christen, die diese Grundlage haben, sich trotzdem damit arrangieren. Und ich habe früh verstanden, was die Bibel sagt, ist die Wahrheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Also will ich mich damit nicht arrangieren. Sondern mein Leben soll eine Reise sein, wo Dinge aus dem Weg geräumt werden. Wenn Verurteilen da war, dann will ich einen Weg mit Gott finden, dass das aus meinem Leben verschwindet und mich nicht mehr behindert. Und Gott zeigt uns einen Weg. Ich möchte mit euch ein paar Prinzipien anschauen, nämlich Worte, die heilen und freisetzen anhand von meiner eigenen Geschichte. Ich möchte ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählen, weil ich glaube, dass das hilfreich sein wird. Aber ich möchte vorher noch zwei Bibelstellen reingeben, die, ich glaube, helfen, das Ganze richtig zu verstehen. Matthäus 18, Vers 18. Hier ist Jesus, der zu seinen Jüngern redet. Und er sagt Folgendes, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Jesus spricht also seinen Jüngern eine Autorität zu, zu binden und zu lösen. In heutigem Deutsch würden wir sagen, vielleicht Dinge gefangen zu nehmen, festzulegen und auf der anderen Seite freizusetzen, Freiheit in Gang zu bringen. Aber er hat ihnen ja nicht Handschellen gegeben, sodass sie andere Menschen binden sollten oder freisetzen sollten, sondern er sagt ja hier, es geht um die natürliche Dimension und die geistliche Dimension. Ihr als meine Nachfolger, als diejenigen, die ihr glaubt, ihr bekommt von mir eine Autorität zu binden und zu lösen. Wie geschieht das? Dinge freizusetzen oder Dinge gefangen zu nehmen, zur Seite zu räumen. Es geschieht durch Worte. Und das ist interessant, weil Jesus lehrt seine Jünger eigentlich an ganz vielen Stellen, welche Kraft in den Worten ist. Lass uns das mal anschauen in Matthäus 21, Vers 21, ein paar Kapitel weiter. Da sagte Jesus zu ihnen, also auch wieder zu den Jüngern, Ich versichere euch, wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr auch solche Dinge tun und noch viel mehr als das. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Was für eine Aussage, die Jesus hier macht. Wir sehen, dass Jesus das selbst demonstriert hat. Er hat manchmal mit Worten geheilt, hat gesagt, sei geheilt. Er hat zu dem Sturm gesprochen, sei still. Und dann war der Sturm still. Jesus macht deutlich, dass eine Kraft in den Worten ist, sogar Berge zu versetzen. Und ich glaube, uns ist allen bewusst, dass er nicht wirklich Berge meint. Ansonsten hätte unsere Jugend nicht so eine tolle Zeit auf dem Jugendcamp in den Alpen gehabt, weil die wären schon längst ins Meer versetzt worden. Es ging nicht um die physischen Berge, sondern es geht um die Problemberge in unserem Leben. Ich glaube, dass Gott hier etwas deutlich machen will. Es mag Problemberge, Problemhügel in deinem Leben geben, aber wenn du glaubst, wenn du mir vertraust, dann kannst du anfangen zu sprechen und dann wird sich etwas bewegen. Kraft in den Worten. Kleines Wort, kleine Flamme, großes Feuer. Genauso auch im positiven Sinn. Kleine Worte, aber sie können so viel bewegen. Ich habe das erlebt in einer Phase, als unsere Kinder sehr klein waren. Das war für mich das eindrücklichste Moment, weil ich da damals so angefangen habe, in dieser Dimension zu leben. Und es war so, dass als unsere Kinder klein waren, ich oft an die Grenzen meiner Geduld gekommen bin. Das heißt, Kinder haben mich herausgefordert, einfach normal Vater zu sein, wie Kinder halt sind. Aber ich war gestresst und ich war ungeduldig. Ich bin laut geworden. Ich habe meine Kinder angeschrien. Ich war zu laut und zu ungeduldig. Und ich habe in meinem Herzen gemerkt, das ist mein Thema. Es geht nicht darum, dass meine Kinder sich verändern müssen. Kinder sind Kinder. Sie müssen sich entwickeln können, sie müssen lernen, all das testen. Und es geht, klar, muss man Kindern auch Grenzen setzen. Aber ich wusste, hier ist das Problem meine Ungeduld. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, ich spreche zu meiner Ungeduld. Der Berg meiner Ungeduld. Und ich habe gesagt, ich habe angefangen mit der Bitte um Vergebung für meine Ungeduld. Ich habe gesagt, ich bitte dich um Vergebung her, dass ich so ungeduldig bin. Und dann habe ich Folgendes gesprochen. Ich habe gesagt, ich sage mich los von der Ungeduld. Ich sage mich los von der Ungeduld. Ich glaube, das sind gute Worte. Weil was ich mit diesen Worten gemacht habe, ich habe Ungeduld als einen Mauerstein oder Stolperstein identifiziert und habe gesagt, du sollst kein Teil in meinem Leben sein. Ich arrangiere mich nicht. Ich gehe nicht immer drum herum, sondern ich suche danach, dass eine Freiheit von der Ungeduld kommt. Ich habe sie nicht als Teil von mir akzeptiert, mit der ich leben muss. Sondern ich habe gesagt, Ungeduld, ich sage mich los von dir. Du gehörst nicht zu mir. Und dann habe ich gesagt, wie Jesus zu dem Berg, habe ich gesagt, Ungeduld, verschwinde aus meinem Leben. Und du denkst, du bist ganz schön bekloppt. Und ich sage, ja, genauso bekloppt wie Jesus. Ich habe einfach geglaubt, was Jesus gesagt hat. Und ich habe gesprochen. Und so habe ich drei, vier Minuten gegen die Ungeduld gebetet, habe ein paar Sätze einfach wiederholt. Und dann, nachdem meine Gebetszeit zu Ende war, kamen meine Kinder wieder. Und ich habe gemerkt, ich bin genauso ungeduldig wie vorher. Aber ich habe nicht aufgegeben, sondern ich habe das an mehreren Tagen hintereinander gesprochen. Jesus sagt, wenn ihr glaubt, manchmal ist Glaube, oder drücken wir den Glauben aus, indem wir dranbleiben im Sprechen. Und ich habe es wieder ausgesprochen. Und es waren, ich glaube, fünf Tage später, wo ich es jeden Tag ausgesprochen habe. Dann habe ich darüber nachgedacht, wann warst du das letzte Mal ungeduldig? Und ich habe gemerkt, die Ungeduld war weg. Es war weg. Ich konnte ganz anders mit meinen Kindern umgehen. Der Berg der Ungeduld war verschwunden. Da ist Kraft in unseren Worten. Oder ich denke an eine andere Situation. Wir haben ja in unserer Gemeinde den Encounter-Kurs, als einen zentralen Kurs, wo wir sagen, jeder, der Teil der Move Church ist, sollte den mal mitgemacht haben. Es sollte dabei gewesen sein. Warum? Weil es in diesem Kurs um ein Leben in dieser Freiheit geht. Es geht darum, Altlasten hinter sich zu lassen, in die Freiheit hineinzukommen, Prinzipien zu erlernen, genau das zu praktizieren, Sachen aus unserem Leben rauszuschmeißen, in dieser Beziehung mit Jesus zu leben. Und so viele Menschen, auch Leute, die schon 30, 40 Jahre im Glauben waren und mitgemacht haben, haben gesagt, wow, so, so gut. So ging es mir auch, als ich meinen ersten Encounter mitgemacht habe. Das war nicht ein Encounter-Kurs hier in der Gemeinde, sondern es war auf einer Konferenz, eine Encounter-Konferenz war das. Und es geht um diese Begegnung mit Gott. Und ich war in dieser Konferenz und ich habe so einen Moment erlebt des tiefen Betroffenseins von Versagen in meinem Leben. Versagen kann so ein Stolperstein sein. Ich habe Versagen und Schuld gespürt. Manche Menschen, weitestgehend verdrängen sie das, aber Schuld und Versagen kann so eine Last sein. Weil der Punkt ist, Dinge, die du getan hast, du kannst sie nicht zurücknehmen. Du kannst sie nicht wiedergutmachen. Du kannst es versuchen. Aber was du getan hast, hast du getan. Und so viele Menschen leben mit der Last, der Schuld und des Versagens. Und ich war in diesem Encounter und oft ist man sich dieser Dinge gar nicht so bewusst, aber es gibt Momente, da fängst du an, etwas zu spüren, was Realität ist. Nämlich, du kannst es nicht wiedergutmachen. Es sind Momente, wo du oberflächlich drüber hinweggehen kannst, aber wenn du oberflächlich drüber hinweggehst und es verdrängst, das ist dann wie ein Ball, den du unter Wasser drückst, der kommt wieder hoch. Irgendwann kommt es wieder hoch. Aber Jesus hat einen anderen Weg. Und es waren Worte, die mich davon freigesetzt haben. Da waren es nicht die Worte, die ich gesprochen habe, sondern die jemand anders gesprochen hat. Der Pastor, der uns da durchgeleitet hat, er hat gesagt, was in der Bibel steht, nämlich, dass Jesus uns die Autorität gibt. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und er hat von vorne gesprochen, hat gesagt, ihr, die hier steht, denen euch Sachen bewusst worden sind, ich spreche euch an Jesus' Stelle, an Gottes' Stelle zu. Deine Schuld ist dir vergeben. Deine Sünde, es ist getilgt am Kreuz, es ist vorbei und du musst nicht mehr darunter leiden. Schuld, Schuld und Versagen sind ein für allemal aus meinem Leben verschwunden. Und es waren Worte, die jemand anders gesprochen hat. Und das macht deutlich, manchmal sind es unsere eigenen Worte, manchmal sind es die Worte von anderen, die heilen, die befreien, die freisetzen, die Wege öffnen. Und das gilt für dich, du kannst für dein eigenes Leben sprechen, aber manchmal hast du Worte für jemand anderen. Deswegen haben wir unsere Connect-Gruppen. Und lass mich gerade vor dem Connect-Gruppen-Semester, wir gehen ja jetzt in das neue Semester, lass mich den Connect-Gruppen ein Commitment abnehmen, ihr Connect-Gruppenleiter. Achtet darauf, dass positiv, glaubensvoll, voller Leben gesprochen wird und nicht negativ gesprochen wird. Keine Zerstörung. Weil Gott hat Leben und er will, dass du aufgebaut wirst. Er will, dass dein Leben in Kraft funktioniert, weil er mit dir ist. Ich erinnere mich an eine andere Situation, die ich auch noch erzählen möchte. Da war ein Kontakt zu einem Mann gewesen und die Beziehung ist richtig schief gelaufen. Und dieser Mann hat angefangen, mich zu verleumden, negativ über mich zu reden und Dinge über mich verbreitet, auch öffentlich. Und er hat Menschen auf Social Media, Facebook und was weiß ich wie kontaktiert, die irgendwie mit mir in Verbindung standen. Weißt du nicht, was das für ein Typ ist? Und so weiter. Also richtig, richtig negativ. Und was macht das, wenn du so verleumdet wirst? Wenn Worte über dich gesprochen werden, die in deine Seele hineinschneiden. Das Erste, was bei mir entstanden war, war Bitterkeit. Und Bitterkeit kann so hart sein im eigenen Leben. Und auf die Bitterkeit hat sich Angst drauf gesetzt. Auf die Bitterkeit und Angst haben sich noch andere Dinge reingesetzt. Zum Beispiel eine Unsicherheit. Die Unsicherheit, wenn ich in der Stadt war, begegne ich diesem Mann, weil dem wollte ich nicht begegnen, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und dann kennen wir ja alle das, was wir Woche für Woche beten, das Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und es kann so ein oberflächliches Gebet sein. Und ich habe das ein paar Mal auch so oberflächlich gesprochen. Ich vergebe ihm für das, was er da gemacht hat. Aber irgendwann kam der Moment, wo ich wusste, das Ding ist nicht durch. Es geht darum, Worte der Vergebung zu sprechen, die tiefer sind. Und ich habe mir davon jemanden seelsorgerlich helfen lassen, der mit mir einfach da durchgegangen ist. Und die Person war nicht da. Wir haben auch eigentlich wirklich nichts miteinander zu tun. Aber ich habe mir vorgestellt, dass die Person da ist. Und ich habe angefangen, auszusprechen. Worte der Vergebung. Ich habe gesagt, ich vergebe dir, so als wäre er da, ich vergebe dir, dass du negativ über mich geredet hast. Dass du Lügen über mich verbreitet hast. Dass du diese Dinge gesagt hast. Nicht nur das. Ich vergebe dir, dass du als Folge davon Angst in mein Leben gebracht hast. Ich vergebe dir, dass du diese Unsicherheit in mein Leben gebracht hast. Sodass ich Angst oder unsicher bin. Wie wird die Situation, wenn ich dir begegne? Und ich habe all diese Dinge ausgesprochen. Ich vergebe dir das. Ich vergebe dir das. Ich vergebe dir das. Und es war ein Prozess. Und mein seelsorgerlicher Helfer hat mich ein Stück weiter darin angeleitet, dass ich es nicht oberflächlich mache, sondern wirklich auch in die Tiefe gehe damit. Und ich habe gemerkt, während ich eins um das andere ausgesprochen habe, wurde es in mir leichter. Und irgendwann war so der Punkt da, wo ich gedacht habe, Mensch, der Typ tut mir richtig leid. Etwas in mir hat sich verdreht. Und ich konnte plötzlich ihn mit Mitleidsaugen, mit Gottesaugen sehen. Da war keine Bitterkeit mehr. Und ich konnte ihn segnen, konnte sogar Positives aussprechen. Und was ich da erlebt habe, war, dass, weil ich an diese Wurzel der Bitterkeit drangegangen bin und die rausgeschmissen habe, so viel anderes aus meinem Leben auch rauskam. Es war keine Mauer mehr, sondern ich konnte plötzlich in Bereiche hineingehen, wo ich vorher nicht rein konnte. Oft ist ein so ein Stolperstein eine Hilfe, dass vieles andere ins Wanken kommt. Das heißt nicht, dass das andere nicht mehr da ist. Wir müssen es vielleicht trotzdem zur Seite räumen. Aber Gott sei Dank, wir haben Jesus Christus, der den Sieg ein für allemal erkauft hat. Arrangiere dich nicht, sondern mach dich auf eine Reise in die Heilung, in die Freisetzung, indem du Worte sprichst, vom Heiligen Geist geleitet, und indem du Worte empfängst von anderen, die dir guttun, die Leben verändern. Ich möchte mit uns beten, hier und an den Campussen, bevor wir die Campusse dann an den Campussen wieder übernehmen, möchte ich euch einladen, dass ihr einfach jetzt im Gebet mit mir vor Gott steht. Und ich glaube, dass auch jetzt durch dieses Gebet schon Stolpersteine verschwinden werden. Aber ich möchte einfach ein Segen auch in euer Leben hineinsprechen, sodass ihr selber euren Weg in die Freiheit, eure Reise hinein in eure Freiheit gehen könnt. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir als Move Church und alle, die an diesen Gottesdiensten jetzt einfach beteiligt sind. Und mein Gebet, Jesus, ist, dass du die Worte von heute nimmst und Glauben in unseren Herzen verankerst und verwirklichst, sodass wir uns ausstrecken nach Worten, die heilen und befreien. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt da, wo wir sind, online zugeschaltet, in Gießen, in Frankfurt, hier, dass du anfängst, uns Stolpersteine zu zeigen, die du gerne aus unserem Leben räumen möchtest. Und wenn du so einen Stolperstein vor Augen hast, dann lade ich dich ein, mir jetzt etwas nachzusprechen. Zur Freiheit hat mich Christus befreit. Und ich werde nicht für immer an diesem Punkt stolpern und stehen bleiben. Danke, Herr, für deine Freiheit. Und im Namen Jesus spreche ich jetzt, dass dieser Stolperstein verschwindet aus meinem Leben. Löse dich auf in dem Namen Jesus. Ich binde deinen Einfluss in meinem Leben und löse mich davon. Du gehörst nicht zu mir. Heb dich hinweg und verschwinde. In dem Namen Jesus. Und ich möchte jetzt von vorne euch hier in Wiesbaden, online, Gießen, Frankfurt, ich möchte euch segnen mit Glauben und Autorität, dass eure Worte heilen und befreien. Euch selbst in eurem eigenen Leben, aber auch, dass Gott euch gebraucht, um andere zu heilen und zu befreien. Und so segne ich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes jede Person, die hier mit uns jetzt verbunden ist. Gott, ich segne dich mit Autorität. Ich segne dich mit Glauben und ich spreche Glauben in Existenz, ich spreche Autorität in dir in Existenz, sodass du anfangen kannst zu sprechen und du weißt, es mag so klein sein wie das Ruder an dem Schiff, aber hiermit fange ich an, die Richtung meines Lebens zu verändern. damit segne ich dich und es soll verankert sein in deinem Leben der Glaube an die Autorität in deinen Worten. In dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Amen. 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 Gott ist so gut. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Ich möchte an dem Punkt ein Angebot geben für Menschen, die diese Verbindung zu Gott noch nicht haben. Ich habe vorhin in der Predigt gesagt, wenn du diese Verbindung noch nicht hast, dann ist heute ein Tag, wo du damit starten kannst. Ob du jetzt hier bist oder ob du online dabei bist, die anderen Campus haben jetzt wieder zurückgeschaltet. Aber wenn du hier bist, wenn du online dabei bist und sagst, ich habe diese Verbindung zu Jesus noch gar nicht. Ich habe gesagt, das ist die Grundlage. Und ich möchte dich einladen, jetzt eine Entscheidung für dein Leben zu treffen, zu sagen, ich werde nicht mehr alleine, ich werde nicht mehr ohne Gott leben, sondern ab heute lebe ich zusammen mit Gott, zusammen mit Jesus Christus. Und nichts soll mich von diesem Weg abbringen. Ich mache ihn zu meinem Gott und ich folge ihm nach. Wenn du das möchtest, dann würde ich gerne mit dir beten und wir alle als Church würden das gerne machen. Ich möchte euch bitten, einfach mal kurz die Augen zu schließen. Und ich möchte hier fragen und auch online, wenn du da bist und sagst, das betrifft mich, ich möchte diese Verbindung, diese Beziehung zu Jesus haben, dann lade ich dich ein, jetzt, wo alle die Augen geschlossen haben, einfach ganz kurz deine Hand zu heben. Hier sehe nur ich das, vor allem aber sieht Gott das. Gott sieht die Hand, wenn du ihm deine Hand entgegenstreckst. Und auch online, Dankeschön, auch online, wenn jemand seine Hand hebt, Gott sieht das. Dankeschön, Dankeschön, danke. Ich sehe die Hände hier vor Ort. Danke. Ihr könnt die Hand wieder runternehmen. Ich möchte mit denen, die die Hand gehoben haben und die sagen, ja, ich will diese Verbindung zu Gott haben, ein Gebet sprechen. Ich spreche das vor und ich lade euch ein, das nachzusprechen. Es ist ein Gebet, was dich mit Gott verbindet. Du machst diese Entscheidung fest, von jetzt an mit Gott zu leben. Und sprich es mir nach, wenn das dein Wille ist, deine Entscheidung. Und als Church unterstützen wir die Leute, die dieses Gebet jetzt sprechen. Lasst uns das gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich verbinde mein Leben heute mit dir. Ich lege mein Leben in deine Hand und ich sage von heute an, du bist mein Gott. Ich will dir folgen und ich will mit dir leben. Vergib mir alle Schuld. Reinige mich von Sünde und Versagen und stell mich wieder her. Gib mir deine göttliche Freiheit. Danke, dass du jetzt damit anfängst. Danke, dass du dein Ja zu mir sagst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du deine Hand in meine Hand legst. Und ich ab heute dein Kind sein darf. Ich mache diese Entscheidung fest. Von heute an lebe ich mit dir. Bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, dass du dir diese Predigt auf unserem YouTube-Kanal angeschaut hast. Wenn dich diese Botschaft angesprochen hat und du dein Leben eben mit Gott verbunden hast, dann kann ich nur eins sagen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. So viele von uns haben diese Entscheidung getroffen und das hat das Leben für immer verändert, weil es nichts Besseres gibt, als in einer lebendigen Beziehung mit Gott zu leben. Hey, wir würden dir gerne eine Bibel zusenden. Wir würden dir gerne unser Neustart-Heft zusenden, womit wir dir einfach helfen wollen, ein paar Schritte in diesem Glaubensleben voranzukommen. Melde dich doch einfach zurück auf neustart.movechurch.de. Wir freuen uns über deine Rückmeldung, sodass wir dir das zukommen lassen. Wenn dich diese Predigt inspiriert hat und du selber keine eigene, lebendige Kirchengemeinde vor Ort hast, dann laden wir dich ein, Teil unserer Internetkirche zu sein. Wir haben einen Online-Campus, das heißt einen Standort im Internet, wo wir als Move Church miteinander verbunden sind. Klink dich einfach ein, informier dich einfach auf online.movechurch.de. Da kannst du dich anmelden. Wir lassen dir alle weiteren Informationen zukommen. Und noch ein letzter Gedanke. Jede Investition hilft uns, dass wir mit unserem Dienst einfach weitermachen können. Deswegen, wenn du dich mit einer einmaligen oder einer regelmäßigen Spende beteiligen möchtest, wir freuen uns darüber. Du hilfst damit, dass diese Botschaften viele andere Menschen erreichen. In der Videobeschreibung findest du einfach einen Link dazu. Wir freuen uns und danken dir, wenn du dich mit da hineinklinkst. Und zum Schluss noch, danke fürs Reinklicken. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Vielleicht sehen wir uns demnächst mal live hier vor Ort oder einfach wieder online. Alles Gute! Danke, dass ihr dabei seid.